Strahlende Sonne und strahlende Gesichter bei den Bayern. Nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale und dem Sieg gegen Hannover ist die Stimmung an der Säbener Straße gelöst. Und der nächste Sieg fest im Visier. Am Mittwoch geht für die Münchner in Marseille die Mission Champions League weiter. Jetzt haben wir auch am Mittwoch die Chance gegen einen guten Gegner in Marseille natürlich ein gutes Spiel zu absolvieren. Und ich denke, dass wir da ein besseres Ergebnis erzielen müssen als im Hinspiel gegen Basel und das werden wir hoffentlich auch. Ich glaube, wir freuen uns alle drauf, hinter so einer Kulisse spielen zu dürfen und wir wollen einfach Vollgas geben und das Beste daraus machen.